Servus Leute, heute seid ihr König. Ich habe euch ja gefragt auf Instagram nach Vorschlägen für Videodien und heute werden wir genau diese durchführen. Aber weil eure Vorschläge so hart sind, kann ich das niemals alleine machen. Deswegen unterstützt mich heute mein kleiner Bruder Marius und hinter der Kamera meine kleine Schwester Luise. Dann los! Mein Foxy sagt, mach mal einen ekligen Smoothie. Hau, dann holen wir dich rein, dann ist es schon eklig. Willkommen bei Niki's Smoothie-Käuch. Heute machen wir einen ekligen Smoothie. Die Grundlage bildet Orangensaft, lecker, lecker Orangensaft. Reinkommt ein Butterkeks, ein Butterkeks, schön, ja, 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 ja. Schlagen wir ein Ei rein, ne? Mh, mit Schale muss es sein. Erde, lecker, lecker Erde, alles gute Sachen. Prost! Was sag ich da nur? Ah, lecker Smoothie! Jason1007 sagt, ich mache den größten Punkt, Punkt, Punkt der Welt. Ich mache den größten Punkt. Ich mache den größten Punkt. Ich mache den größten Punkt. Luke3M sagt, mach mal ein paar Lifehacks. Gut Leute, ein Lifehacks für die Natur. Ihr habt Durst, es ist früh, sucht euch ein gutes Blatt, der meistens taufe an der Nacht nach oben. Und ihr könnt das erste Tropfen Wasser am Tag genießen. Ein gutes Exemplar! Raphael996 sagt, mach mal Vivi. Ah! Ha, endlich! Tagesbergoyle sagt, es soll jemand den Ei am Kopf schlagen. Ah! 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 Sieht man was? Ja! Ah! Haare waschen abgeschlossen. Brumm, Gurke und Le Koala sagen, ich soll mal einen Song aufnehmen. Marius? Ja? Dann nehmen wir mal einen harten Gangster-Rap-Song auf. Ah, Nicole Subotin sagt, geh dich umbringen. Miss Happy2006 fragt, wie dumm ich bin. Sieht man was? Ja! Gar nicht. KSNikeYoutube sagt, ich soll 1000 Center Shocks essen. Niki, ich habe gerade einen Anruf bekommen. 1000 Center Shocks sind unmöglich. 1000 Center Shocks? Kinderspiel. Ich habe jetzt hier 1001 Center Shocks. Die werden wir jetzt mal auspacken. Niki, das sind nur 1000. Hier, 1001. Ich habe schon die Hälfte von dem einen Gästen. Fuchs sie aus, dann haben wir noch was. Versuch den Namen vom nächsten Typen zu sagen. Mit dem Center Shocks. Man kann sich aber nicht kaum. Sauer! 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 Das war knapp. X.hnn sagt, ich soll mir die Augen verbinden und etwas lecken. Marius, such mir was zu lecken. Gibt es noch etwas unter? Ja? Jetzt habe ich das perfekte Suchobjekt gefunden. Es ist dieses Exemplar. Und jetzt werde ich der Niki zum Schlecken geben. Wehe. Wehe. Es ist. Eine Spritze. Ich strecke einfach die Zunge aus, okay? Und ich halte das hin. Niki, bist du dieser Übung gewachsen? Mach die Zunge schön lang. Was ist das? Ein Stöpsel? Ist das unser? Weil es ist ein fremder Stöpsel, oder? Wo ist es? Du siehst in der Hinterhand. Was ist es? I don't know. Eine Nuss, okay. Das geht ja noch. Aria, Abdalla, Zotent, Victoria, Dragomir, Elf und Jujn sagen, ich soll mal versuchen, nicht zu lachen. Der Marius und ich werden uns jetzt einen Schluck Wasser im Mund geben. Wir werden uns gegenüber setzen und versuchen, den anderen zum Lachen zu bringen. Wer etwas lacht, spuckt Wasser, habe ich gesehen, und wer etwas spuckt, verliert. Du siehst sowas? Ja, ich habe es einmal gesehen. Ja, wer spuckt, der wird nass und verliert. Nein, der wird nicht nass. Gut, let's go! Hmm! 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 Ich kann das nicht! Und ich habe jetzt gewonnen? Ich habe verloren in meinen Augen. Der Boden ist Lava, sagen Anna's Fandy 10, HTTP, MXAX, IX, KXE und C-Block. Der Boden ist Lava, das Handtuch ist Leo, wer den anderen runter hat, hat verloren, ich darf nur mit meinen Zeigerfingern kämpfen. Ich habe meine Hände benutzt, ok nochmal. Spritzen am Boden! Danke fürs Zusehen. Auch danke an dich Marius, fürs am Kopf hauen. Und Luise, danke für dich, für die coole Kameraführung. Wird es euch gefallen, hat sie es gut gemacht, gebt ihr einen Applaus, gebt ihr einen Like. Jedes Like ist für Luise. Abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Folgt sie auf meinen sozialen Netzwerken und werihr langsam an zu picken. Und zu stinken. Hab ich was vergessen? Was sage ich noch immer am Schluss? Hier kommt ihr zum nächsten Video. Hier kommt ihr zum nächsten Video, das habe ich noch nie gesagt. Hier abonniert ihr und hier ist auch noch ein anderes Video. Hier ist das vorletzte Video. Schönen Tag noch.